dann herzlich willkommen zum tipp der woche diese woche sollte es um das ganze thema routinen gehen vielleicht habt ihr jetzt schon mitbekommen es ist ein bisschen mehr zeit jetzt im alltag der eine muss leicht weniger arbeiten oder ist einfach mehr zu hause ganz ganz wichtig dass ihr jetzt natürlich nicht in faule gewohnheiten fallt sondern dass ihr trotzdem einen komplett strukturierten tagesablauf habt ich würde euch einmal hier eine ernährungsroutine anschreiben dass ihr einfach schaut okay fang vielleicht früh an erstmal mit einem gesunden tee oder fang zum beispiel an mit einem limettensaft selbstgepresst oder solchen dingen diese routine schreibe ich euch einmal ran und natürlich dann noch eine routine vielleicht für den sport aber auch für den kompletten alltag für den sport kann ich euch schon mal eine klare empfehlung geben kommt zu unserem workout das ist jeweils am montag 19 uhr und am donnerstag 19 uhr und für euren lifestyle werde ich auch hier noch mal auf die andere seite eine sozusagen tagesablauf mal ein beispiel geben was ihr am tag so für routinen und sachen machen könnt ich wünsche euch viel erfolg dabei und dann sehen wir uns nächste woche zum nächsten tipp